gespeichert jetzt wird ich noch mal das kann nicht wahr sein dass das immer neu inbaut absolut nervig ein gutes geschäft ist mir willkommen so müssen irgendwie auf den marktplatz kommen damit wir den kaputt machen können es kann nicht wahr sein oder natürlich jetzt wo ich hilflos bin was mir fehlt alle an allem so nicht ernst ihr könnt aber dann hier mal bitte die festung heile machen dann kannst man dann glaube ich zurück von dich mal heilen und nächstes schiff gesunken so langsam aber sicher funktioniert das hier alles aber wirklich nur langsam dass das hauptwort alles klar wie lautet euer befehl wenn es weiter nichts ist womit ich behilflich sein kann ich weiß es auch nicht mehr wo man verlangt nach fisch ich denke hier immer alle weg ok kann nicht schade was ist zu tun so alles fertig wir stehen zur verfügung sie haben den feind niedergerungen sehe ich noch nicht bestellt keine waren mehr her so ein machen wir noch haben wir den wir dann wie sieht es gerade mit den ressourcen aus kommen wir noch gut klar ja wie eben halt der besagte aber passt auf ihn waren wie ihm jetzt er hat ein bisschen mehr zicken gemacht das muss man sagen und ich schicke ich ein bisschen aber du bist schon am einnehmen da ja ja aber ich möchte es auch kaputt machen ja doch kommt dann sehr schön ok wir sind bereit wie ihr wünscht sehr gut das ist nicht so was von weg sehr gut aber richtig als sie sind haben oder dinge richtig rein da da kenne ich auch nix zwingt sie in die knie wir sind bereit der rat der ziehen da nur kein dingus eine produktion kommt zum erliegen nichts kann uns standhalten wie das brennt junge so wird das hier gemacht also was ich sagen muss der eiserne bulle der hat uns hier schon sehr durch das dicht durch das ganze spiel geholfen das muss man einfach mal sagen auch wenn es immer nur um die 15 minuten waren die wir frieden hatten hat deren schon mächtig den arsch gerettet ja kann man schon sagen das muss wir getan haben so wie kann man näher ran lasst mich euch ein wenig unter die arme aus mit ihr arme giovanni arme giovanni wir sind bereit ihr werdet wieder von mir alle 5000 münzen alle für nur zwölf tonne ganonen bei geld läuft bei uns jetzt hat muss man einfach mal so sagen sehr gut ich freue mich das gefällt mir auch sind auf dem weg ihre bevölkerung sehnt sich nach gemeinschaft auch nee das tut mir leid das ist ja mensch seid ihr verschwiegen bin ich nicht weg damit denn ohne welchen angegriffen oder wahrscheinlich von irgendeinem turm auf jeden fall die ganze tat sehr schön schon mal nicht wird sein hat war es mit ihr so zieht das hier nicht für dich aus es kann halt nur eingeben letztendlich sehr schön seine hauptsiedlung in im orient das dürfte die hier sein das ding ist schade dass sie da nicht auch noch festungen bauen sie haben eine gegnerische einheit besiegt aber na gut wir haben es geschafft wir haben es geschafft nur das gebäude unten dann haben wir giovanni komplett vertrieben ist das schön ich mache ja auch asche wie sonst wird na ja wenn mir das in der insel vertrieben das war's ich dermaßen auch das sage ich dir so alle schiffe einmal sammeln bitte alle kriegsschiffe das war erfolgreich ich bin sehr begeistert schwer volleis mit schwerten ja krass ein paar kriegsschiffe hat er denke ich noch rumfahren aber nicht mehr der rede wird da oben eins da ist ein großes handelsschiff ja nur noch ein kriegsschiff rumfahren weißt du was holen wir uns auch noch mal schnell wobei ich weiß ja nicht ob das reicht schon i don't know tatsächlich mussten wir dann auch kurzzeitig ein großes kriegsschiff ein paar große kriegsschiffe dann einmal abzwacken um die dann zu einem handelsschiff zu schicken weil er erzählen gekriegt zwei von diesen zu sinken also muss man ihm ja lassen weil konnte er senken wir sagen hier ist unsere arbeit getan war definitiv ist unsere arbeit getan die armee marschiert los ist so gut wie erledigt mega geil über einmal reparieren lassen ist schlecht fürs geschäft meinetwegen mal in frieden sehr gut auf einer insel ist ein gewitter aufgezogen das juckt uns dein geld ist knapp aber schafft das glaube ich noch er guckt euch das an also das war angenehm leute ist zu tun in das 1 2 1 1 runter hier so sei es wir sind bereit auf geht's armenhaus wo sollen sie da bleiben ich mich jetzt nicht wenig wunderbar alle runter hier ja gut dann vergeht halt kurz da und baue ich mein wegen noch mal auf wenn ihr das machen müsst das klickt ja ja ich helfe euch gerne auch ein fairer handel ja gegen die piraten können wir leider nicht viel machen ich kann den nicht zerstören habe ich ja schon vor paar folgen mal versucht gehabt geht einfach nicht es geht schnell hier zu reparieren sehr schön gut dann hier nochmal gut haben wir alle insel ist wieder um ein soldaten befreit sehr gut aber sehr krasses gewittern aber er hat er bei ranzingen als bei mir bei mir ist das wir so ein bisschen regnerisch ja giovanni ich nehme an das war es mit uns wir haben richtig viel asche auf dem konto die detail bleiben so wohl wahrscheinlich lange dauern ist dann schon gar nicht auch hier das segel ist segel ist irgendwas soll mal repariert eine produktion kommt solle vorkommen ist fast alle gar kein problem davon gehe ich aus das geschäft ein gutes geschäft ist einer ihrer betriebe stellt eine waren mehr her und brauche aber lange ne ganz so war nie das war es er braucht sich glaube ich auch nicht noch mal woanders auf oder wird auf jeden fall nicht so aus ist das hier was soll das hier werden wenn es fertig ist ich hoffe das wird nicht noch mehr sonst komme ich gern vorbei das gar kein problem nichts kann uns standhalten alle wie viele truppen wir haben ein gutes geschifft und das auch voll haben weil auch wo steht das 103 von 130 militär budget steigt natürlich wahrscheinlich größer die stadt ist hier metal verdienst ja wir haben auch alles bekommen was sie wollten sehr schön eine produktion kommt zum erliegen das passiert schon mal ja war einmal weniger zu können sie haben es geschafft ich war tatsächlich jetzt nur darauf dass giovanni sich verzieht aus dieser region aber der ist ja gerade irgendwie nicht so weiß ich nicht freund davon dies zu tun aber wenn sie es wirklich im arsch müssen da noch ein armen haus weißt du wird kommen wir schicken nochmals hoch da ich weiß nicht ob das jetzt einen unterschied macht dass es da noch steht so eine zusammenarbeit erzeugt doch kosten seid bedankt ja meinetwegen ja das dürfte reichen ja brauchst du wohl das geld war ich helfe euch gerne aus brauchen wir eure truppen verärgert dann legt es doch an dem gebäude hier noch der war deswegen nicht ganz da und tut mir natürlich leid für die armen die da wohnen die können ja dann jetzt gern zu mir kohle vorkommen ist fast im arsch ist ja gar kein problem und so klein ist gar nicht unsere ist unsere stadt gar nicht geworden wir haben umbeine neun nur davon wir das abziehen ich kann gerade nicht rechnen moment aus ungefähr 5300 bürger die hier leben ist ordentlich ein paar adliger auch geholt noch mal schön daran erinnern danke fühlt sich gut an fühlt sich richtig gut an ein paar stunden glaube ich kommt da noch mal wenn ich das noch richtig im kopf ernsthaft jetzt hier so alles da und jetzt alles klar dann haben wir ihn jetzt ja aus der aus seiner hauptinsel vertrieben offiziell hier sehe ich jetzt nichts mehr das sind so überbleibsel die sind relativ uninteressant für uns das armenhaus ist halt so da stehen geblieben das sah halt auch offensichtlich aus und da er das gerade mal als eingriff hier gesehen hat zum vormarsch der truppen war das anscheinend auch noch sein land vom dinge hat das spiel so angesehen aber da hat es jetzt nicht mehr sehr gut hier wird auch nicht noch mal nachgebaut habe ich schon ein paar mal jetzt geschaut gehabt und ihr merkt das vielleicht die ganze zeit ich drücke die ganze zeit hier auf auf das kleine plüsschen damit er mal schnell hier das handtuch wirft orient haben sie echt schön gemacht was das hier für ein typ ist mir hatten wir glaube ich eh schon angeklickt ist das recht sehr gefällt mir und giovanni möchte abhauen will er mir das geld geben die ganze zeit kriegen wir geld voll nice ja kinder was soll ich sagen also ich hoffe es hat euch natürlich gefallen das ganze let's play war glaube ich jetzt ungefähr gleich lang wie das anno 1503 let's play haben wir ungefähr um die gleiche zeit rum geschafft so er ist raus somit haben wir alle vernichtet ein gutes geschäft gemacht das sind alles kis die wir nicht zerstören können ich bedanke mich sehr herzlich fürs zuschauen und wir sehen uns bei einem weiteren let's play hier auf diesem kanal wieder bis dahin kinder haut rein